Hallo Leute, herzlich willkommen zurück in Stuttgart, sage ich mal. Und ich bin gerade etwas müde, da ich die Nacht durchgemacht habe, jetzt im Flugzeug nur die anderthalb Stunden gepennt habe. Und jetzt geht es ab nach Hause, ich merke mich da bis dann. Jo Leute, so da bin ich auch schon zu Hause von Malle. Waren auf jeden Fall ein paar richtig geile Tage, danke Dani an dich nochmal an dieser Stelle dafür, dass du mich mitgenommen hast. Ist auf jeden Fall nicht zu bereuen, wie ich schon gesagt habe, waren ein paar geile Tage. Wir haben nette Leute kennengelernt, haben eine Menge Spaß gehabt, wir haben es voll ausgekostet. Ja, das war es dann auch mit den Malle Vlogs. Ich hoffe, sie haben euch gefallen, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen damit unterhalten. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Vlog, wo es dann wahrscheinlich wieder zur Uni gehen wird. Ich sage bis dahin, macht's gut Leute. Fuah! Okay, das Fuah war vielleicht gerade etwas übertrieben. Naja, bis zum nächsten Video. Fuah!